Liebe Hörerinnen und Hörer auf Radio Hotel, dort gehört der Pfarrer Samuel Burger aus dem bernischen Konufingen. In der Bibel lesen wir ja viele so Sachen, die unserem Verstand ein wenig Suspekt vorkommen. Ich meine da nicht nur all die Wundergeschichten, wo ein Bierchen auf dem Wasser schwimmt, Wasser zu Wein wird oder Lame können laufen. Ich meine auch so Aussagen wie «Christus wird zurückgekommen auf den Wolken, genauso wie er in den Himmel hochgefahren ist und er wird die Welt richten und sein Reich darauf verrichten. Oder dass die, die an ihn glauben, ewig leben werden und die anderen nicht. Und dass Gott uns Christen im Himmel mal für alles entschädigen, die wir hier leiden mussten, und die anderen bestrafen, die uns das Leiden zugefügt. Das sind nicht banale Aussagen. Bei denen können wir nicht sagen, so wie bei den Wunder, es ist nicht so wichtig, ob das wirklich so passiert ist. Man kann das auch nur symbolisch verstehen. Nein, es sind Aussagen, wo unser Glauben mit ihnen steht und fällt. Und darum haben viele Leute Mühe damit heute. Ja, in der Antike, da hat man sich das ganz plastisch vorgestellt. Da oben im Himmel, über den Wolken und über dem Regenbogen, da ist der Himmel, da sitzt Christus auf dem Thron und alle erlösen mit ihm. Und tief unten in der Erde ist die Hölle, dort, wo die Bösen bei Heulen und Zähnklappern ihre Strafe absitzen. Heute wissen wir, dass da oben nien eine so eine himmlische Sphäre ist. Und es heisst da schon oben, wenn die Erde sich dauernd um sich selber um die Sonne dreht. Und sogar das Höllloch ist bis in seine Hingerstwinkel erforscht. Und nien haben sie eine Tiefel gefunden. Und darum sagen viele, das ist alles nur eine Einbildung von einigen religiösen Freaks. Oder, das passiert alles nur in unserer Fantasie, in unserem Hirn. Was machen wir heute mit solchen Aussagen, wo das Fundament von unserem Glauben sind, wo tausende von Märtyrern im festen Glauben daran mutig einen grauenvollen Tod auf sich genommen haben? Wenn wir da im liberalen und freien Westeuropa in der Bibel lesen, dann ist für uns da drinnen mengs wirklich unglaubwürdig. Aber wie wäre das, wenn wir es lesen würden, als zu Unrecht verfolgte im absolutistischen Staat? Wenn uns der Prozess gemacht würde, nur weil wir unsere Meinung gesagt haben, weil wir Unrecht kritisiert haben, würden wir da nicht mit Freude daran glauben, dass wir irgendwo im Himmel einen Verbündeten haben, einen, der das Unrecht einmal besitigt und uns Recht gibt? Es muss ja nicht physisch irgendwo über den Wolken sein, aber irgendwo muss da eine Macht sein, die mir am Ende hilft und die Recht schafft. Und der Glauben und das Wissen, dass ich im Recht und meine Verfolger im Unrecht sei, das gibt mir die Kraft, einen geraden Rücken zu behalten, nicht aufzugeben und meine Überzeugung nicht zu verleugnen. Dietrich Bonhoeffer war so ein Mensch, nicht ein naiver Gläubiger, einer, der sich viel überlegt hat und alles hinterfragt. Der hat schon lange nicht mehr an das antike Bild vom Himmel dort oben und der Hölle dort unterglaubt, aber an die tiefe Wahrheit, die dahinter steht, nämlich, dass es einmal eine Gerechtigkeit gibt. Kurz vor seinem sicheren Tod im KZ hat er das berühmte Gedicht geschrieben, von guten Mächten wunderbar geborgen. Und seine Gefängnisse werden ihn bewundert, wie ruhig und überlegen, dass er sein Schicksal getragen hat. Oder etliche Menschen, die ich gekannt habe, die ihre schwere Krankheit durch das Schicksal, das ja manchmal wirklich auch ungerecht ist, getragen haben und nicht verbittert sind worden, sondern mit einem Lächeln auf den Lippen konnten sterben. Sie haben gewusst, da wird einmal alles gut und auf das freue ich mich. Die alten biblischen Bilder sind einfach Bilder, aber hinterrinne steht eine grosse Kraft, eine, die stärker ist als Tod und Teufel und alles Unrecht. Und wenn wir sagen, all das ist nicht wahr, dann kehren wir die Kraft in Kübel. Und was haben wir denn noch? Darum bin ich froh, steht so unglaubliches Zeug in der Bibel. Als Wink. Achtung, dahinter steht etwas, was unser Verstand nicht einordnen kann, aber der Glaube daran, der ist stärker als alle Mächte auf der Welt. Ich wünsche euch eine Erfahrung von dieser Kraft, in dieser Zeit, die kommt. wenn man es顺t, das Jagdre� их hat,